es ist der ziel sich der jespa einfach so zu wort meldet mal nun dieses schwert ist auch geschickter geworden ja jetzt können wir eine neue technik trainieren bist du willst bei mir zu trainieren ja bitte so sei es ich werde dich in die technik des stein spalters lehren erstens zerschlage den krog mit dem schwert es ist vollbracht hast du das verstanden ja gut das freut mich ich hätte auch nicht gewusst wie es dir sonst erklären sollte doch schwert technik muss man mit dem eigenen körper erlernen ich mache deinen körper zur marionette und lasse dich die technik ausführen nun also die marionettentechnik von meister magnus sehe und staune 1 2 3 marionette nun sei so nun versuche es selbst zerschlage den krog mit dem schwert und es sei vollbracht cool sehr gut ich überreiche dir diese schrift leute rolle der schwert grund als seine schwert technik vergessen solltest kannst du dort nach lesee du hast den speinstalter steinspalter erlernt zerschlage spielen steine und krüge zack 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 ja Und eine Truhe. Sie passen perfekt zusammen. Vielleicht passiert ja was Gutes. Da kannst du mal beiseite gehen. Du solltest mit möglichst vielen Leuten Fragmente vereinen. Willst du mit mir Fragmente vereinen? Okay. Ich glaube, das könnte klappen. Ja. Ja, das war jetzt habe ich eben vertauscht. So. Ich kann mich auch in eine Schuhe wandeln. Frisches Gemüse von Grau und Toffel mit Sorgfalt gezüchtet. Sehr gesund. Okay. Was für ein nutzloser Kauz. In diesem Zimmer stimmt etwas nicht. So, mal schauen. Ich glaube, der Bürgermeister sollte mal den Kammerjäger rufen. Okay, den kriege ich noch nicht bewegt. Da brauche ich noch ein Element für. Fragmente vereinen? Ja, sehr gern. Sehr gern. Sehr gern. So, hier haben wir etwas bei der London Farm. Sie passen perfekt zusammen. Ich denke, es passiert etwas Gutes. Okay, wo gibt es noch Leute, die tauschen wollen? Oh, ein Bumerang. Ein Bumerang? Das macht Trana-Trobine. Eine große Hilfe bei deinen Abenteuern. Kaufst du das? Äh, zu teuer. Nur Rom-Longern gibt es nicht. Bring her, was du kaufen willst. Okay, ich denke, ich versuche mich nochmal als Hühnerjäger. Oh weh, die Hühner sind weg. Willst du mir, sie wieder einzufangen? Klar doch. Gut, 545 Sekunden, sorry. 545 Sekunden, das sollte nicht so schwer sein. Die Mann, Steckse sind hier die totalen Zungenbrecher. Ey. Das war Nummer 3. Das ist Nummer 4. Das ist die Nummer 5. Haben schon den Kling. Schneller. Geschafft. Danke, ihr zum Dank. Noch mehr Moscheln. Und wieder 90 Rubine. Momentan nicht. Erstmal muss ich Geld ausgeben. Will den Bumerang haben. Ein Bumerang. Das macht 300 Rubine. Eine große Hilfe bei deinen Abendteuern. Kaufst du das? Ja. Danke, dass du so viele Rubinen ausgegeben hast. Natürlich freustig bestimmt. Jetzt wollen wir mal was ausprobieren. So, wo ist ein Huhn? Geile Hühner. Geile Hühner. 6 Hühnern, 50 Sekunden. Kommt auch her, du Huhn. Okay, die Goldenen sind ein bisschen lästiger. Okay, ich glaube, das muss ich noch mal machen. Was? Was? Ich habe es ein... Okay. Okay. Okay, das hat nicht gereicht. Zweite. 3. 3. 4. 5. euch nur noch eins und sechs die es noch wohnen danke jetzt und dann ein glücksfragment 100 und Bienen schön dann müssen sie die hühner schon wieder abgehauen sieben hühner eins zwei drei ja ja